Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Wortsegel Wanderweg. Diese Tour hat etwa 7,8 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Eike Meuer aus dem Schene-Satz-Villa. Kamoia. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nach etwa 1,5 Kilometer, da sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns überhaupt nicht gut gefallen. Man ist einfach zu viel an der Autobahn entlang gelaufen. Dann war auch noch eine Umleitung. Das war alles nichts. Warum auch dieser Weg Wortsegelwanderweg heißt, keine Ahnung. Man läuft einmal dorthin und die meiste Zeit sieht man das Wortsegel überhaupt nicht. Naja, ich hätte den Weg rundum Sotzweiler genannt. Aber was soll's. Hauptsache, wir waren wieder draußen. Denn wir waren schon einige Zeit nicht mehr unterwegs. Denn Sarah hatte Probleme mit dem Knie. Die ist wieder in der Aufbauphase. Ich hatte eine Mittelohrentzündung. Habe immer noch ein bisschen dran zu knabbern. Und wir hatten noch Prüfung zum DBV-Wanderführer. Wir haben die Prüfung bestanden. Naja, wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch. sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Alle machen's gut und noch so die Korkerknalle. Und nun ein Schnittweg beim Rutsche. Ciao. Dann sind wir auch schon wieder im Auto. Die Tour hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Man isst einfach zu viel an... Ah. Bis zum nächsten Mal.